Mauro Service in Pianti bietet stationäre und mobile Recyclinganlagen nach. Wie wird diese Anlage nach 10 Jahren funktionieren? Mit einer Recyclingskapazität von 30 m³ pro Stunde Frischbeton ist der VibroCleaner die effizienteste Recyclinglösung auf dem Markt. Diese stationäre Anlage erzeugt pro Tag 5500 Liter gefiltertes Wasser und 30 Tonnen recycelte Zuschlagstoffe. Nach 10 Jahren ist diese Installation zu 100% zuverlässig, ohne nennenswerte Wartungsprobleme und funktioniert zu 100% eigenständig. Hersteller von hoherfertigem Transportbeton verdienen eine hoherfertige Recyclinganlage. Denken Sie an unsere Umwelt. Lasst uns nachhaltig sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017